Mit diesem Film wollen wir euch zeigen, wo wir mit unseren Beweggründewanderungen alles waren und wie wir dort Transformationen sichtbar gemacht haben. Wir leben in einer Zeit, in der zunehmend deutlich wird, dass wir so wie bisher einfach nicht weitermachen können. Immer mehr Menschen suchen deshalb nach Alternativen und probieren sie aus. Versuchen dem Mainstream von größer, schneller, weiter zu entgehen oder entgegenzuwirken. Wir haben jetzt vor allem diskutiert, inwiefern der Wille nach Eigentum den Menschen schon irgendwie in der Wiege liegt oder inwiefern er sozialisiert wird. Wir von der Bundjugend und der Naturfreundejugend wollten genau solche Menschen, solche Orte besuchen. Also zu Orten wandern, an denen gesellschaftliche Alternativen in ökologischer, ökonomischer und sozialer Hinsicht bereits gelebt werden. Für mich ist es das erste Mal, dass ich in so einer freien, alternativen Schule überhaupt bin. Schauen wir doch, wenn wir was anderes machen, wie die Kinder sich da entwickeln. Wir wollten mit dem Projekt Beweggründe die Enge der Seminarräume verlassen und herausfinden, wie gesellschaftlicher Wandel, also Transformation, aussehen kann. Ja, wir treffen heute die Vorsitzende des Öko-Verbands und werden Arbeiten verrichten, um diesem Öko-Verband ein bisschen zu helfen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.